So, jetzt merkt man halt den Unterschied zwischen High-Leveligen und den Low-Level. Wir haben unseren Server so eingestellt, dass wir auf Level, was haben wir Maximum? So, da muss ich kurz den Stein wegkloppen, weil der ist genau über den Agentarwis gespawnt. Wir haben eingestellt, dass wir maximal 120er Level haben. Und ich glaube ja, aber ich will gar nicht. 120 ist ganz okay, finde ich. Mittlerweile könnten wir es glaube ich schon. Nein, es geht nicht wegen dem Können. Es geht mir einfach, ob das halbwegs noch okay ist vom Spiel her, meine ich jetzt. Ich finde, das ist die Stufe, was wir jetzt gerade haben, ziemlich geil. Halt nicht höher. Jeremy Pascal oder Nautokiller, müsste ich verstehen, was man dann merken sollte. Wenn einer Shadow heiß brauchen werden kann, Shadow und der Fluch des Kahn, guckt ihr dann keine Filme. Ich muss ehrlich sagen, ich habe früher wenig Filme geschaut, aber es wird schon, in letzter Seite ist es ein bisschen mehr geworden. ein bisschen was, ein bisschen was für die Allgemeinen haben wir gemacht. So, wir brauchen jetzt unbedingt Spark Powder nachher da oben. Ja, du brauchst Dino Stein, glaube ich, oder? Deinen Flint. Ja, 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 nein, ich muss, ich, ich muss da sowieso da jetzt der oben einmal, ich überleg gerade, ob ich zu dir wieder runter soll. Wäre eigentlich sinnvoll. Weißt du, ich habe schon relativ viel. Killer fang an, da müssen noch 20 hin. Ja, ja, genau Killer. Nur, nur meckern. Da macht man elf Stück, elf Stück und der Killer sagt, da müssen noch 20 hin. Mindestens noch 20 hin. Ich glaube, ich träume mit ihm. Das ist ja Wahnsinn mit dem Typen. Das ist, das ist nimmer normal. Der Boss, da musst du wirklich einen Haufen Zeug machen und dann, da müssen noch wirklich hin. Pfff. Gar keinen Respekt haben da einfach. So. Na gut, der Film ist halt auch schon 1994. Das heißt gar nichts bei mir, ich habe früher viel mehr geschaut. Es ist schon weniger worden. Aber in letzter Zeit habe ich wieder ein paar, schaue ich gerade immer so ein paar Filme ab und zu zwischendurch. Nehmen eine Szenenanalyse ist mir wichtiger. Bist du noch immer nicht fertig mit deiner komischen Buch-Pings-Pums-Irgendwas-Analyse? Hab ich mir auch gedacht. Boah. Mir würde sowas auf die Eier gehen, wenn ich das machen müsste. Aber man merkt es auch, ihm geht es auch auf die Eier. Weil er macht einfach nichts. Oder er braucht ewig. Naja, ich mache noch nichts. Ich habe ja morgen noch frei. Übermorgen. Tja. Ja, wir haben übermorgen... Alter, übermorgen habe ich auch frei. Morgen habe ich... Was glaube ich. Glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Muss ich nachher schauen noch. Ey, ein Rex. Ein normaler. Ja. So. Äh, ich komme wieder mal runter geflogen. Ja, komm lieber noch nicht. Ich bin noch so weit weg. Wo bist du denn? Ganz weit weg. Sag mir wo du bist. Nach links oder halt vom Berg aus links. Da wo die Kreuzung ist. Genau. Okay. Ja. Wenn du vom Berg... Ja genau. Ja, da wo die... Ja, da wo die... Was magst du dort? Ja, es war nichts anderes mehr da. Ja, bitte. Ich komme eh schon wieder. Dass das kleppert ist, weil da brauche ich nicht hinfliegen fast. Weil ich das... Weil ich das... Das pyramid gar nicht so weit bekomme. Bis ich oben bin, ist es weg. Ja, drum. Ich komme nämlich schon wieder. Ja. Servus Ben. Willkommen im Stream. Vor einer halben Stunde angefangen. Wo... Da ist ein... Ein Spino. Ich. Mhm. Und du sagst, das sind keine Viecher. Zweier Langhälze. Ja, jetzt sind sie wieder. Dann... Dann... Wir waren keine mehr. Bin ja schon so lang wieder weg. Mhm. Bleib nachher stehen dort. Mal. Bleib stehen. So. Ich war schon dort beim anderen Fluss drüben. Transfer all. Zack. Und ich bin weg. Angriff. Die Stunde angefangen. So. Wir wärmen jetzt noch. Ich würde sagen. Ich weiß jetzt nicht. Wie lange nehmen wir schon auf. Circa 2 Stunden. Eineinhalb. So ungefähr. Ich hätte jetzt noch vor gehabt. Einmal noch hinaufzufliegen. Das kurz noch einmal durch zu gehen. Äh... Ja. Und dann werden wir auch mal einen Cut wieder machen. Glaube ich. Ich glaube das meiste habe ich nicht gezeigt. Wir haben jetzt gezeigt. Wie man ungefähr zähmt. Das ist am sinnvollsten. Und wie es am schnellsten geht. Natürlich. Low-Levelige sind halt. Wirklich. Sehr schnell zu zähmen. Sieht man auch wie viel wir da schon haben. Die High-Level dauern jetzt noch. Ich schätze bis Mitternacht werden wir da teilweise noch sitzen. Äh... Weil das einfach nicht schneller funktioniert. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Deming-Werte an. Am besten im Stream. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Oh. Ja. Ich bin gerade überlegen ob wir nachher nicht so keine Ahnung um Elf herum. Weil wir haben jetzt 21 Uhr. Ob wir dann nicht einfach dann mit Dioch schon wieder zurück gehen sollten. Weil sonst müssen wir den Rauf auf den Berg. Und ich glaube auf das hat keiner so richtig Lust von uns. Da geh ich lieber zurück. Da bin ich schneller nämlich. Oder genauso schnell. Sagen wir so. Ja. Willst du dann zurück gehen? Oh. Na muss ich nicht. Halt das... Jetzt noch nicht um Elf. Halt irgendwann nachher. Ja. Da müssen wir sch... Boah jetzt hab ich... Jetzt hab ich 5 Stück... Frymeat in mein Inventar reingeben. Was passiert? Und es ist sofort weg. 4 Stück sind weg. Sofort. Das ist so nervig. Ist scheiße. Und Frymeat ist der größte Trick den es gibt. Ja. Schaut dass da kein Kühlbeutel oder so irgendwas gibt. Und so eine Kühltasche. Dass du so in dein Inventar ein Kühlbeutel reingeben kannst. Das ist dann wie... Wirkst wie ein Kühlschrank. Das wär geil. Ja wohl halt ein bisschen schlechter wie ein Kühlschrank. Ja. Aber so in der Art halt. So wie eine so Röcherbox. So in der Art hätt ich halt geglaubt. Ey. Weil das ist ja... Nimmer normal was da mit den Prime-Mittels. Es sind wieder viele Tiere da. Ja und den Spino. Ja den hab ich schon. Der war da. Ah es legt gerade. Es schlägt gerade herum. Ich brauch da unbedingt Narkotik. Na was ist denn los? Pontus. Wir haben bald kein Narkotik mehr glaube ich. Ah. Achso der wird voll sein. Der scheiß Vogel. Wo ist jetzt ein Anderen? Nein Narkotik müssen wir noch... Haben wir noch mehr als wie genug für die Vögel. Das geht sich auf jeden Fall aus. Ja im Kasten ist auf jeden Fall nichts mehr. Oh ja die 200. Nicht. Achso die hast du noch nicht raus. Na die hab ich noch nicht rausgenommen. Oh. Da haben wir noch mehr als... Mehr als wie genug Narkotik. Aber ohne die 400 was ich mitgenommen hab wärs knapp geworden glaube ich. Dann wärs ziemlich eng geworden ja. Dann hätt wir auch fliegen müssen kurz runter. Boah was hat denn der drinnen? Achso da. So. Wieder ein bisschen Eisen geholt. Und dann geht's schon wieder weiter. In Richtung Haus. Und dann werden wir wieder alle Tiere mal durchschauen. Fleisch haben wir ja mehr als wie genug. Ja es ist unglaublich. Was da am Fleisch rüberkommt. Zwei Seiten ist eh mehr als wie genug. Was willst du da mehr schreiben? Ich hätt nicht haben die mehr geschrieben. Ja. Halt. Keine Ahnung. Ja gut ich schon weil ich meistens zu viel schreib. So da haben wir mal Spark Baller, Spark Baller, Spark Baller. Das haben wir oben gleich einmal rein. Weiß. Ey Alpharaptor. Das ist so ammaßend. Das ist unglaublich. So ein 200er Stack nehmen wir mit hinunter gleich. Und dann würde ich einmal die ganzen Vögel durchschauen. Dass wir da das Metall noch raus bekommen und in unsere Brennöfen reingeben. Ist schon weg. Ah der war nur Level 12. Ja aber wahrscheinlich hätt's trotzdem 1000 Erfahrungswerte bekommen. Ich bin schon wieder Level Up. Willst du es dir holen? Das ist Prime Meat. Ah. Wo bist denn? Unten. Also direkt bei dem Standings. Bin ich nicht so weit weg. Da wo die Brontos immer stehen. Ja ich muss schauen ob ich das jetzt auf die Schnelle... Da wo schon der Kano war. Da spawnen die glaube ich irgendwo. So. Ich komm. Und zack. Sturzflug hinunter. Und hinein zum schwarzen Sandstrand. In der Glasur sollen wir circa drei Seiten schreiben. Und diese am Dienstag. Und ich hab keine Ahnung was man da noch reinpacken soll. Ah. Ein bisschen ein bisschen größere Schrift wählen. Ein bisschen einen eineinhalbfachen Zeilenabstand und einen eineinhalbfachen Buchstabenabstand. Das merkt man nämlich fast gar nicht. Und. Und. Was gibt's denn noch für Tricks? Da gibt's. Solange sie keine Wörter verlangen. Das ist alles halbwegs schlimm. Und ich kann halt wirklich so gut. Was ich gelernt hab. Wo steht. Wo bist du? Am am schwarzen Sand. Ah. Was ich mir angeeignet hab. Durch die Uni und durch die Diplomarbeit in der HTL und so weiter. Wo bist du da? Seh dich nicht? Wie weit bist du denn schon gelaufen wieder? Ah da drüben bist. Ah. Ah. Da hab ich so das Ausschmücken von Sätzen. Ich kann aus einem Satz der eine Aussage hat. 20 Sätze machen. Die keine Aussage hat. Die auch eine Aussage haben. Aber man könnte es auch in den einen Satz reinschreiben. Das muss man irgendwie können. Sonst hat man Probleme. Das lernst. Das ist einfach. Weiß nicht. Da waren wir zwei, drei Leute in der Klasse die das können haben. Die haben die ganzen Diplomarbeiten geschrieben. Die meisten haben es sozusagen vorgeschrieben. Und die haben das nachher ausgeschmückt. Wir haben einfach den Satz gelesen. Blablabla. 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 Und es ist eigentlich dasselbe da gestanden. Nur halt auf eine halbe Seite verteilt. Was in einen Satz reinpasst. Halt wir haben alles am Rechner geschrieben. Aber gerade wenn du das mit der Hand schreibst. Da kannst du ja schön noch. Da geht es ja noch besser. Mit der Schriftbreite ein bisschen und so weiter. Herumspielen. Wenn es dir auffällt, dass du auf einmal Grüße schreibst. Dann sagst du halt. Ja. Meine Hand hat weh getan. Ich konnte nicht so schön schreiben wie so. Es gibt ja so viele Tricks glaube ich. Ich weiß nicht. Wird dir da so viel einfallen? Oder mir ist da damals so viel eingefallen auch. Ich habe einen Spitznamen bekommen auf der Uni von einem. Ich bin der Commander. Weil ich immer bei den ganzen Prüfungen und so weiter. Irgendwo geschaut habe wo es Tricks gibt. Weil wir haben teilweise Prüfungen am Computer. Gerade Mathe Prüfungen. Und das sind die Beispiele. Hat man nur mit Tricks teilweise auch lösen können. Weil es sozusagen sichtbar schon war was das Ergebnis ist. Und da haben sie mich Commander genannt. So. Ihr seht es jetzt. Die sind relativ zart. Die ganzen Sachen. Ziemlich noch weit unten. Wir werden da jetzt noch einmal alle halbwegs füttern. Und werden dann auch die Aufnahme für heute beenden. Ihr habt es gesehen jetzt ungefähr wie wir das machen. Oder wie wir das gemacht haben. Dass ihr nicht nachher denkt. Ja die Cheaten. Die haben da jetzt auch einmal 11 Agentarwiese. Der Markus hat sich sicher da jetzt einfach 11 Agentarwiese hergezaubert. Nein. Wir haben die brav gezähmt. Und machen da nichts außer Konkurrenz. Schau die haben ich da. Scheiße ich habe da jetzt alle. Nein den wollte ich nicht. Ja. Danke Bavarian Gaming. Für das Follow und willkommen im Team. Vielen Dank für das Follow. Nein. Die blöden Ankulons. Dü 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 dü. Vielen Dank für das Follow nochmal. So. Und servus willkommen im Stream. Ich habe mir vier so blöde Ankulons den Kanu weggenommen. Oh du armer. Ja. Ja. So viel XP. Ich würde sagen Arschgrind. So. Da ist auch noch einmal zum reinhauen. Wie ihr seht es wir haben da mehr als wie genug mit dem ganzen Primate. Ich kann das gar nicht verbrauchen. Aber es bringt nichts wenn ich es in den Kühlschrank reinhau. Das ist das Problem. Äh. Ja. Ist klar Ankulons. Ist klar. Wenn du jetzt stirbst da unten irgendwann dann trägt dein Hals um. Nein nein. Nur ähm. Die Ankulons die haben teilweise so die Eigenheit wenn sie sterben. Verpacken sie sich. Verpackt sich ihr Schwanz. Der schwingt dann herum wie irgendwas. Und dann gehen die FPS voll runter. Der Schwanz verpackt sich. Du hast dein Mörderrechner jetzt. Und dann regst dich auf weil die FPS runterkriegt. Es geht auf 8 FPS runter. Ja da ist auch was anderes. Da passt irgendein 3er bei dir glaube ich nicht. So ganz. So. Ich würde sagen wir sehnt. Den muss ich unbedingt schon wieder reinhauen. Sonst hat der bald kein Doperwert mehr. Kein Brot mit Wein. Movest du mich oder wechselt ihr gleich in den Channel kochen. Äh. Wir wechseln gleich. Ich würde jetzt noch ganz kurz so 5 Minuten machen. Ich will da kurz nochmal alle durchschauen. Ob die vom Doperwert passen und so weiter. Und dann können wir gerne wechseln. Dass du auch dabei bist. Und dann hauen wir auch wieder Musik an. So. Eins. Zwo. Drei. Die habe ich durchgeschaut. Den da. Wie schaut der aus. Den muss ich auch mal ein bisschen. Ah. Da habe ich kein nix drin. Dann werden wir sich von dem da was rausnehmen. Mal die Hälfte. Aber ihr seht es mit den ganzen Prime mit. Da geht es schon um einiges flotter. Als wenn man das nur mit normalem Fleisch. Und natürlich. Wenn es die anderen Sachen hätte. Das hätte es noch flotter gehen. Aber ja. Die haben wir leider nicht. Beziehungsweise können wir noch nicht produzieren. Weil wir das Stego Eier und so weiter brauchen. Und da haben wir noch nicht so viele. So. Ich würde sagen. Wir werden dafür heute mit der Aufnahme. Einen kleinen Cut machen. Und Schluss machen. Äh. Elf Agentarwiese. Ich würde sagen. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen. Wieder bei uns im Haus. Ein bisschen mit einer Bausession. Äh. Mit. Mit. Ja. Mit dem Hafen. Und. Und. Joa. Ich würde sagen. Wir sehen uns dann morgen. Bei einem neuen Part. Von. Arxer Warr模al. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.